Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Haunting Ground. Ja, wir haben ja letztens hier überschwänglich gespeichert und beendet und... Die Musik ist aus. Ich hab noch nicht mal meine Ansprache fertig, Daniela. Kannst du nicht einmal warten? So ein bisschen... Was haben wir denn als letztes gemacht? Wir waren als letztes... Hatten wir... Ja, jetzt mal ernsthaft, was haben wir gemacht? Ach ja, wir haben da, da dieses Ding gemacht. Nicht nett. Hier liegt etwas. Ein Ruprum-Medaillon. Ach ja, das wollte ich ja auch nochmal zeigen. Ha 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 ha. Was? Och nee, oder? Ich hasse alles. Ich hasse. Ich hasse. Ich hasse. Ich hasse. Ich hasse. Wo ist sie denn? Oh Gott, sie rennt. Warum rennt sie? Die rennt. Die blöde Kuh. Ah, ich werde sterben. Das geht alles echt schon wieder super los. Ich hasse alles. Die blöde Kuh hat mich verkrüppelt. Sag mal. Ach, scheiße. Attacke, 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 Attacke. Aua. Das ist doch alles... Ha ha ha. Na los, mach hin. Das ist doch scheiße. Ich bin verkrüppelt und halb tot. Beides gleichzeitig. Och nee, hör auf so zu lachen. Du bist eine fiese, alte Schrulle. Weißt du das? Ha ha. Lass mich in Ruhe. Lass mir in Ruhe. Nee. Ich bin nicht da. Tra la la. Ach, das gibt's nicht. Da, 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 da. Tolle Wurst. Ach, scheiße. Hier wollte ich nicht hin. Da drin verstecke ich mich nicht. Ich bin ja nicht ganz blöd. Ich bin gar nicht da. Sie auch nicht. Na wunder, prima. Ist ja alles wieder ganz toll. Ich hab ja nicht mehr angefangen, irgendwas zu machen. Ich verstecke mich in dem Ding hier. Lieber nicht. So, was geht mit dir? Ein Leichnam. Es wird Spuren dafür, dass diese Person schwer misshandelt wurde. Da hängt etwas an seinem Hals. Nimm es. Wenn ich meinen Gea erkennt, kriege ich einen Keks. Wieso lebt er noch? Also. Ach, Fiona, beruhig dich. Das ist auch schön. Er steht da auf und dann... Aua, au, au, au. Autsch. Na komm, bist du fertig? Danke. So, jetzt geht's mir wieder... Ich würde es gar nicht wundern, wenn die Frau jetzt wieder vor der Tür steht. Okay. Ich finde es echt lustig. Ich weiß doch gar nicht mehr, wohin ich geflüchtet bin. Ich finde meinen Hund doch niemals wieder allein. Hiwi? Hallo? Hund? Bläh, 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 bläh. Ich hatte mich bestimmt so erschrocken, dass ich dir die Tür zugemacht habe. Dass er lieber gleich da geblieben ist. Na, du böde Kuh, putzt du wieder? Ja, findest du toll, ne? Ah. Oh mein Gott, was für eine schmutzige kleine Prinzessin. Ein kleines Geschenk von Herrn des Hauses. Ein hebeltes Parfüm. Äh, ja. Danke. Ich trete dich. Du Stück. Miss, es ist Zeit zum Saubermachen. Ich mach jetzt erst mal sauber. Wenn ich hier fertig bin und es glänzt, dann bringe ich dich um. Äh, okay. Das ist ein Deal. Es ist alles scheiße. Komm schon. Was denn bei der Hund da gesehen hat, das interessiert mich grad nicht. Obwohl doch, das interessiert mich. Ich guck doch. Was, was ist denn hier? Warum würde jemand so ab, äh, jemand das absichtlich komplett rot anmeilen? Es ist alles scheiße, wie etwas lebendiges. Sicherlich ist das nur rote Farbe und nicht. Ich muss nur versuchen, nicht daran zu denken. Wenn ich das tue, bleibe ich in Ordnung. Ha la 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 la. Oh, diese Musik. Du hast irgendwas gesehen. Ist doch nicht umsonst gebellt. Ah, dieses Karossteil, da kriegt man ja irre. Da, 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 da. Da, da, da. Ich hab irgendwie noch nichts erreicht in diesem Teil, außer eine Flucht. Oh, nicht schon wieder. Es ist schon wieder so still. Also, ich könnte, ey. Da kriegt man vor lauter Ärger Fußpilz auf der Zunge. Was auch immer. Ah! So. Kommen wir zum Zufallsakt. Okay, wie stell dich da irgendwo rauf? Los. Such. Mach. Und jetzt... Na, stell dich mal woanders hin, bitte. Ah, das war falsch. Hebi, was machst du? Stell dich mal auf das... Nein, obwohl doch... Stell dich mal auf das Grüne, da. Hebi, komm schon. Nein, das war falsch. Ich hasse alles. Okay, das ist falsch. Tuck, tack. Tuck, tack. Ha! Geschafft! Yippie, jay, jay. Schweinebacke. Tuck, tack. Mmh, 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 mmh. Also, das sah jetzt tatsächlich nicht gesund aus. Na, good boy. Ich hätte ja eigentlich lieber eine Muschi statt einen Hund. Naja. Ein Venus-Schlüssel. Macht der Venus. Verwandle mich in Sailor. Wie? Wow. Ups. Komm mit. Daniela, sein Ende nacht. Oder meins. Oh, come on. Good boy. Oh, ich sollte auf uns rumzuschreien. Nimm die Beine in die Hand und lauf. Mach mal die Tüche ganz unauffällig zu. Oh, coole Sache. Okay. Ein Venus-Schlüssel. Los. Warum verwandeln die sich bei Sailor Moon eigentlich nicht mit Schlüssel? Na ja. Weil mach auf und so. Hm. La-lin-la. Lala. Mh, herzlichen Glückwunsch 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 Das ist... Links und dann... Ach ne, das war rechts. Ja, ich bin Linkshänder, ich hab damit Probleme. Rechts, rechts, links. Ich schreib mir das am besten auf, dann muss ich nämlich nicht 10.000 machen. Ups. R, R, L. Oder? Ne, warte mal. Und einmal R, R einfach nur, oder? Ich bin gerade verwirrt. Wieso komm ich jetzt auf links? Ich fang aber von vorne an, ich bin doof. Da, 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 hey. Also du kommst hier rein, du blödes Vieh, und dann gehst du nach rechts. Und dann wieder nach rechts. Und dann nach links, dann hatte ich doch recht. Und dann nach wieder nach... Und dann schreib ich mir das nochmal auf. R, R, L, R. Und dann nochmal nach rechts. Und dann bist du durch. Dann bist du richtig durch. Gut. Blablabla. Blablabla. So, das war jetzt rechts. 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 Warum knurrt der Hund? Und nochmal rechts. Okay, also muss ich das jetzt dreimal machen. Okidoki. Supi, knuppi. Also, weil ich weiß, kommt die Frau hier nicht runter. Ich bin hier eigentlich sicher, dass sie wundert es mich, dass der Hund gerade knurrt. Also, ich gehe davon aus, dass sie nicht runterkommt. Ich habe sie jedenfalls noch nie unten gesehen. Warum knurrst du? Was ist denn jetzt dein Problem? Ah, ist jetzt ernsthaft nur wie in diesem blöden Luminis Hand geknurrt? Ich kann ja noch hochgehen. Ich will jetzt wissen, warum der knurrt. Das macht mich kürre. Hier ist sie ja nicht mal. Was knurrst du, du dummes Tier? Du Ungetügel. Na gut, ich würde sagen, ich mache das jetzt so, dass ich das schnell mache. Und wenn der denn hier alles ausgemacht hat, dann bin ich wieder hier. Und wir sehen uns genau an dieser Stelle wieder. Bis dahin, Leute. Tschüss. Tschüss.